Was machen wir zum 30. von ASK? Eine fette Party? Die würde uns allen guttun. Entschuldigung, wie? Will hier die Feier statt? Ich hab immerhin schon seit 10 Jahren die besten Zahlen hier. Es ist so weit! Andrea, krieg dich hin! Beruhigt euch mal, okay? Oh Gott, ein Notfall. Ich möchte zu gern jemanden kennenlernen. Spritzt du dir Drogen? Sie klagen uns wegen Vertragsbruch an. Komm schon, Andrea, du musst nicht immer Wonder Woman spielen. Oh, Villarine hat mir nur Schaum eingegossen.